wir sind in den backrooms alter es ist hier dunkel schaut euch das mal an wir leuchten krass ne schaut euch das mal an leute was ist das bitte für eine grafik insel code ist wie immer in der video beschreibung ja wir schauen mal hier können wir durch durchs dreieck ist klar wir müssen mal gucken ob wir in diese räume gleich aufzug okay ich kann nicht durch alles klar ist verdammt dunkel drin hier ist es verdammt dunkel leute kommen jumpscares ich habe keine ahnung aber hier lang können wir nicht das ist ein geräusch und es leckt gerade irgendwie ist ein bisschen legger und ob was passiert warum bin ich runtergefallen wir schauen uns noch mal hier ein bisschen das war verdammt seltsam leute was gibt es hier alles ist echt so krass dunkel ne das hätte ich jetzt nicht gedacht wir gehen einfach mal rein wo kommt warte mal die rutsche wo sind wir hier schöne aussicht mit thanos also hier ist echt krass dunkel ne ah doch taschenlampe und wir können auch schießen und gegner warte mal was haben wir hier wir schauen erstmal hier nur penster alles klar geht's auch noch weiter ne da war eigentlich auch ein treppelin nach oben okay hier gibt es anscheinend nichts hier gibt es absolut gar nichts leute kann man hier durch ey hört mal die musik gibt es hier runter ne ne okay wir gehen mal zurück ich glaube hier gibt es noch nicht wirklich viel aber warum bin ich da vorhin noch runtergefallen aber gut zu wissen dass man auch hier eine pistole mit dem licht hat was ist da hinten party what oh yeah oh yeah kann man hier auch rutschen warum ist hier auf einmal party in den backrooms wann ist hier eine party warte mal können wir von oben runter jumpen können wir hoch wir machen jetzt ein körper warte mal schade ich dachte es würde passen aber leider nicht hier hoch können wir nicht oder von oben runter sliden geht es hier noch irgendwo rein leute was ist das für backrooms hier was ist das für backrooms hier hat doch hier kann man hoch warte mal das ist ein bisschen fach hier das ist ein bisschen laggy eher gesagt bis hier es funktioniert funktioniert ist das fede was wie wird das so komisch was ok wir rutschen irgendwie komischerweise So, wir gehen jetzt nochmal hier rein, ja? In die original Backrooms. Da hinten können wir nicht lang. Ach, okay, ich bin hier durchgefallen. Jetzt verstehe ich, wir müssen balancieren. Wo ist das hier? Ach, man kann da auch durch. Warte, wir schauen uns erstmal an, was es noch hier so gibt. Alter. Ziemlich dunkel. Können wir durch? Nee. Okay, hier ist nur Sarkasse. Okay, dann geht's weiter. Alter, und das ist so krass dunkel. Was, wenn wir jetzt erstmal hier durchgehen würden? Aber das ist ja gar nichts. Was leuchtet da? War ich das selber gerade? Okay, manche Wege sind verdammt dunkel, ja? Okay, da geht's auch nirgendwo hin. Da müssen wir wieder aufpassen. Oh, nein! Oh! Was ist das für ein Flüstern? Leute, was ist das hier für ein Flüstern? Warum markieren die hier andauernd was? Wie weit können wir in den Backrooms voranschreiten, Leute? Da ist gerade einer gestorben. Schießen ist hier... Gibt es hier Gegner? Gibt es hier Mr. Backroom? Warte mal, hier geht's auch noch weiter. Ey, hier ist so dunkel. Warum ist hier so dunkel, Leute? Okay, wir sind mehr oder weniger im Kreis gelaufen. Anscheinend... Mehr scheint es hier nicht zu geben, Leute. Lass mal mit dem Backroom. Ich hab mir ein bisschen mehr erhofft. Hier kommt man irgendwie nicht weiter. Ich denke, die werden die Map wahrscheinlich noch erweitern, ja? Aber für den Anfang sieht das schon mal echt nicht schlecht aus, ne? Also... Wenn man hier jetzt alleine... Was ist denn hier los? Alleine spielen würde, ne? Warte mal. Was ist hier überhaupt? Das ist gar nichts. Okay. Ja, Leute. Ich würde sagen, das war's auch mit der Folge. Pinselcode ist in der Video Beschreibung. Ich denke, hier wird demnächst bestimmt noch einiges kommen. Schreibt mal gerne ein paar cool Inselcodes in die Kommentare. Sonst würde ich sagen, hören wir an und kommentieren und bis zum nächsten Mal wieder. Ciao.